Das Video, in welchem ich die Meidermüsse eine Münze aufsammeln Was bin ich? Sheriff, das ist gut Ich muss aber eigentlich ganz aufpassen Weil Münzen, die ganze Zeit, jederzeit spawnen So direkt vor mir Okay, hier ist keine Münze, also sicher Das ist der Meidermüsse Oh, Dinger, die ist grad neben mir gespawnt Darf ich das auch in die Münze zu holen? Okay, ja Also, du bist nicht bei einer Nein! Warum spawnt die auch auf Warum spawnt die auch bei mir direkt?